Hitradio FFH. Anke ist Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Mit oder mit, ohne Milz? Mit ohne. Stefan, da draußen, das ist jetzt nicht der in Hessen weltberühmte Bodo Bach. Tatsächlich. Dass der bei dir tankt, kann nur mit seinem neuen Programm zu tun haben. Wieso? Das heißt Pech gehabt. Schlingel! Er kommt. Hallo, Tag zusammen. Einmal die vier und können Sie mal bitte nachgucken, ob ich auf dem Lottoschein hier einen Gewinn habe. Gerne, Herr Bach. Oh, wie passen. Weil ich einen 6er plus Zusatzzahl habe und mir bei denen Benzinpreise hier eine Anzahlung leisten kann. Passend zu Ihrem Comedy-Programm. Pech gehabt. Ja, dabei tippe ich die Zahl von unserem Hochzeitstag seit Jahren. Erstens müssen Sie ja mal Glück bringen. Herr Bach, Sie kennen sich ja demnach aus mit Pechvögeln. Ich hoffe, das ist eine Anspielung auf mein Programm und nicht auf das Intimleben mit meiner liebe Gärta. Nein, ich frage mich nur manchmal, ob ich ein Pechvogel bin. Oh nee, jetzt die volle Milchflasche. Ja, das kommt immer auf die Sicht der Dinge an, Anke. Das Grad, was ich da habe, das war kein Pech. Die Milch, die war einfach nicht mehr haltbar. Dann hoffe ich ja, Ihr Programm ist auch so ein Feuerwerk der guten Laune. Ah ja, klar, Fräulein Anke. Wenn ich jetzt mal zahle dürfte. Ja. Ihr Preise sind übrigens auch ein Feuerwerk. Ach ja? Bei beidem kann man nur sagen, Kopf hoch. Nach 69 Euro sammeln Sie Glücksklee-Milchpunkte, haben Sie eine Glücksrevue-Card oder sind Sie im Glücks-Bär-Chies-Club? Nein. Dann tankeschön. Dankeschön. Ankes Tanke in der FFA Morning Show mit Daniel und Julia. Vielen Dank.